Die Arbeitsstättenverordnung ist in die Jahre gekommen. Ich denke, viele Geschäfte oder Geschäftsmodelle gab es wahrscheinlich damals noch gar nicht, oder? Genau, also die letzte Reform der Arbeitsstättenverordnung war in den 90er Jahren. Damals hat die Arbeitsstättenverordnung auch noch im Sinn gehabt, Arbeitnehmerbetrieben, Geschweißereibetrieben oder großen Fabriken zu schützen. Also der Arbeitnehmerschutz ist auch ein wichtiges Tool unserer Gesellschaft und eine wichtige Errungenschaft. Allerdings darf man im Jahr 2017 dann schon sich fragen, welche neuen Betriebe und neuen Betriebsformen es heutzutage gibt. Und dazu zählen zum Beispiel Waxing Studios oder App-Entwicklerbuden etc.